Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Anime Erklärt. Ich bin Over-Ear-Nicht und heute geht es um die Frage, ob Duare Ninia Veyron, das junge Bauernmädchen, welches von Sebastian, dem Butler aus Stahl gerettet worden ist, eine Battle-Made werden kann. Zuvor aber nochmal der Hinweis, Spoiler für Overlord bis einschließlich Band 14. Und die Antwort ist ein nicht ganz eindeutiges Nein. Gefolgt von einem Aber. Duare Ninia ist allen Anschein nach nur ein Bauernmädchen. Ein Bauernmädchen mit genug tragischer Hintergrundgeschichte, um einer der besten Antagonisten in jedem anderen Anime zu sein, aber sie selbst hatte bereits Schwierigkeiten mit den 41 Level 1 Humankulai Mades mitzuhalten, wenn es um das Reinigen der großen Gruft von Nazarek ging. Einfach weil die Mades zwar einen höheren Nahrungsbedarf haben, aber daher auch über größere Ausdauer und Geschick verfügen, als ein Mensch gleicher Stufe es tut. Von daher hat Tuare einfach nicht die nötigen Voraussetzungen, um sich in die Ränge der Battle-Mades aufzuschwingen. Selbst mit all dem Training, das die große Gruft Tuare anbieten kann, inklusive dieser Halskette, die zwar im Kampf die eigenen Statuswerte senkt, aber dafür den Erfahrungsgewinn erhöht, würde ich persönlich schätzen, dass sie ebenso wie Climb über keinerlei Talent verfügt und daher auf Level 20, aka die Stärke von Abenteurern mit einem Goldrang begrenzt sein dürfte. Damit wäre sie, Training vorausgesetzt, immer noch eine extrem starke Kämpferin verglichen mit der durchschnittlichen von Menschen bewohnten neuen Welt. Und auch viele der Halbmenschen und der heteromorphen Lebewesen dürften nach einer Begegnung mit einer so trainierten Tuare nur noch Wesen genannt werden. Durch Training, anschließenden Tod und die Wiederbelebung kann auch ihre Klassenverteilung optimal angepasst werden. Bedeutet, sie kann einen maßgeschneiderten, nur auf Kampf ausgerichteten Bild bekommen, der dem von Iktrasil NPCs an nichts nachsteht. Ferner würde sie Zugang zur Ausrüstung und Items erhalten, die selbst für adamantiedrangige Abenteurer unerschwinglich teuer wäre, gäbe es sie dann überhaupt zu kaufen. Selbst Trashdrops für Level 40 bis 60 Spieler sind in der neuen Welt nämlich stärker als die legendärsten Schwerter ganzer Königreiche. Tuare auf Level 20 in Ganzkörperrüstung, die die Gesundheit wiederherstellt, diverse Statuswerte anhebt und ihr Zugang zu speziellen Fähigkeiten, Zaubern und Beschwörungen geben würde, könnte sie genauso effektiv machen, wie beispielsweise Brain Anglaus, der gute 10 Level über ihr ist. Allerdings ist selbst die schwächste der Plejaden, Shiso Delta, immer noch Level 46 und hat nicht nur Feuerpower, die selbst den nativen Angriffswert von Demiurk in den Schatten stellt, sondern auch extrem hochwertige Rüstung, zu der nur Spiele auf Maximallevel überhaupt Zugang hätten und sogar ein Item auf göttlicher Stufe, nämlich Getarnschal. Und dieses Item wäre besser als alles, was ein durchschnittlicher Yggdrasil-Spieler auf Level 100 hätte. Von daher wäre sowohl leveltechnisch als auch itemtechnisch immer noch eine große Kluft zwischen einer auf Battlemate trainierten Tuare und der schwächsten der Plejaden da. Das einzige, was Tuare wirklich fit für diesen Dienst machen würde, wäre die Aufgabe ihrer Menschlichkeit. Etwas, das, bedenkt man Tuares Vergangenheit, keine große Überwindung kosten dürfte. Und ihr Wandel in, sagen wir mal, eine Dragonoidin, könnte die Levelgrenze weiter nach oben verschieben. So wie das auch bei Climb der Fall sein könnte, der ein Imp geworden ist. Und als von Seppas trainierte Kampfmönch-Dragonoidin, könnte sie tatsächlich eine vergleichbare Stärke wie die Plejaden entwickeln. Und als zusätzliche Motivation könnte Eins auch anbieten, ihre tote, jüngere Schwester wiederzubeleben, die ja von Clementine ziemlich übel zugerichtet worden ist. Allerdings bleibt immer noch die Frage des Equipments. Tuare müsste wahrscheinlich Level 50 oder 60 erreichen, was dank wiederverwendbarer Beschwörungen der vielen NPCs der großen Kluft auch keine Probleme wäre, um auch nur ansatzweise an die Stärke von Shizu Delta heranzureichen. Eins müsste eigentlich Pandoras Actor damit beauftragen, aus den Waffenkammern der Schatzkammern. Jetzt nicht unbedingt aus dem Mausoleum, sondern aus dem Rest der unendlich großen Räume, beispielsweise dem Vorzimmer, das ja mit Gold und Items überhäuft ist, das bestmögliche Equipment für sie zusammenzustellen. Und damit könnte dann Tuare tatsächlich die gleiche Stärke wie die Plejaden haben. Und da die Plejaden nach der gleichnamigen Sternenkonstellation benannt worden sind, wäre das Seppas-Tuare-Team dann wahrscheinlich als Aldebaran bekannt. Wird das passieren? Ich denke nein. Einfach weil der Aufwand und die Ressourcen es nicht wert sein dürften und Overlord bald endet. Zumal Tuare ja mit Seppas bereits die Happy End bekommen hat. Vielleicht nochmal kurz etwas zur Beziehung zwischen ihr und Sebastian. Die ist nämlich augenscheinlich ziemlich seltsam. Und ein bisschen bedenklich. Nicht ganz so hart, wie die drei beiden aus dem Mausoleum, aber immer noch seltsam. Aber mal abgesehen davon, dass Tuare hier die ältere der beiden Partner ist, ergibt sie im Großen und Ganzen Sinn. Denn Seppas ist kein Mensch, sondern ein Dragonoid. Ein drachenähnliches Lebewesen mit einer menschlichen Form, in der er Mali und einer heteromorphen Form, in der er Boni erhält. Quasi wie die Lagos aus Fire Emblem Path of Radiance und Radiant Dawn. Und Tuare liebt ihn auch nicht als Mensch, sondern als Heteromorph, da sie mit Männern unsere eigenen Gattung nichts weiter als furchtbare Erfahrungen gemacht hat. Sie hatte beim Anblick von Eins, Demiurk, Kokaitus und Victim weniger Angst, als sie es heute noch vor fremden Männern hat. Was uns ihrem derzeitigen Verbleib und ihrem Happy End bringt. Denn sie hilft derzeit zusammen mit Sebastian und der guten alten Chiso Delta näher bei Reihe am Heiligen Königreich. Und damit seid ihr jetzt an der Reihe. Glaubt ihr Tuare wäre eine gute Battle Mate? Glaubt ihr das würde überhaupt Sinn ergeben sie zu trainieren? Und glaubt ihr Sebas wäre happy darüber, dass sie trainiert werden würde? Eure Antworten wie immer ab in die Kommentare. Und damit soll es das auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr wurdet gut unterhalten. Schaut auch gerne das nächste Mal wieder rein. Bis dahin macht's gut. Over and out. Jershka! Stha! Stha! Jershka! Stha!